Harald Lesch warnt vor Außerirdischen. Ich glaube, der ist einfach nur der verlängerte Arm der Politik mehr oder weniger oder der Leute, die gewisse Narrative pushen wollen und der einfach nur für diese Narrative mittlerweile redet und gar keinen richtig wissenschaftlichen Ansatz mehr hat. Wenn Außerirdische so dumm sind wie wir, sind sie schon ausgestorben. Diese Geschichte mit den Außerirdischen scheint so einer der nächsten Punkte zu sein. Also wenn das Klimanarrativ nicht mehr zieht... Die füttern uns immer mit irgendwelchen Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen können und am besten bilden sich auch immer zwei Camps, damit diese Camps sich gegenseitig bekämpfen, dann sich von den wesentlichen Dingen ablenken lassen und sich nicht mit sich selbst beschäftigen in erster Linie und auch nicht mit dem, was wirklich gerade auf der Welt passiert. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar gehen wir in ein nächstes Video rein, welches heißt Harald Lesch warnt vor Außerirdischen. Lach, Smiley. Ich bin gespannt, was hier passiert, aber ich kriege das mit. Immer mehr Leute, gerade auch in den States, warnen vor Außerirdischen oder erzählen von UFOs und so. Also mir persönlich scheint das alles sehr dubios. Ich weiß nicht genau, auf was die hinaus wollen. Natürlich hat man sich mit dem Thema Bluebeam schon mal auseinandergesetzt. So, falls ihr das noch nicht getan habt, dann macht es auf jeden Fall mal. Project Bluebeam ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, wenn es um Außerirdische und UFOs geht. Aber wir gucken mal, was der gute alte Harald Lesch, also dem ich persönlich auf jeden Fall nicht vertraue, weil ich gesehen habe, was er immer für eine Propaganda verbreitet und ich glaube, der ist einfach nur der verlängerte Arm der Politik mehr oder weniger oder der Leute, die gewisse Narrative pushen wollen und der einfach nur für diese Narrative mittlerweile redet und gar keinen richtig wissenschaftlichen Ansatz mehr hat, meiner persönlichen Meinung nach. Aber schauen wir mal, was er hier erzählt hat. Liebe geht raus auf jeden Fall an die Community. Ich küsse euer Herz. Daumen nach oben, da lasst ein Kommentarchen schreiben und vor allen Dingen auf Rumble abonnieren. Da gibt es den richtig spicigen Content, der hier auf YouTube gesperrt wird und es wird immer mehr werden in Zukunft und deswegen Rumble it in, man, Alter. Wir gehen rein in den Laden. Let's go. Der Kai Brenner wieder der Jutste. Ist ein sympathischer Dude, finde ich. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. War schon ein bisschen in der Sonne, sagst du, wa? Jo, heute nochmal. Hoffentlich hast du dich gut eingekrebt, weil Sonne ist böse. Zu Harald Leschs neuen Buch. Er warnt vor Außerirdischen. Echt jetzt, Digga? Hat er ein Buch darüber geschrieben? Physiker Harald Lesch warnt vor Besuch von Außerirdischen. For real? Und er spricht so, als würde er sie persönlich kennen und ja, wie aus dem Nähkästchen. Die sind natürlich nicht weiß. Wenn Außerirdische so dumm sind wie wir, sind sie schon ausgestorben. Nicht klug. Die sind natürlich, ja, ziemlich dumm und eher so dumm wie wir Menschen. Die haben natürlich Planeten und der Jocht. Und also, als ich das gelesen habe, kam es mir so ein bisschen vor wie, ja, Hollywood Mainstream Alien Invasionspropaganda in einem wissenschaftlichen Kostüm verkleidet. Und wir schauen uns das heute. Das macht er ja gerne, ne? Das ist eigentlich das, was ich gerade sagen wollte. Dieses Mainstream Hollywood Agenda in einem wissenschaftlichen Kostüm. Das ist Harald Lesch eigentlich gut beschrieben, finde ich. Und ich werde dir an den entsprechenden stellen. Der quatscht ja auch nur mit dem Narrativ, ne? Egal bei welchem Thema. Egal bei welchem Thema. Erzählt er einfach nur das, was aktuell im Narrativ ist und versucht es wissenschaftlich auszudrücken. So, nicht mehr und nicht weniger. Klimawandel, Aliens, was auch immer. Mal was sagen. Erstmal hier, also ich habe es meiner Frau erzählt und sie meinte, na, das letzte Bier war wohl schlecht. Da musste ich erstmal recherchieren. Der Harald Lesch ist wirklich jemand, der sich zum Beispiel bei Markus Lanz gerne mal ein oder zwei bis 20 Bierchen genehmigt, hätte mein früherer Chef mal gesagt. Und ja, wenn man mal so guckt, was jetzt gerade in Leschs Kosmos veröffentlicht wird, zum Beispiel hier, das war ja Ende Juli, Gesundheitsrisiko, Klimakrise. Da sind wir doch. Wie heiß ist zu heiß, wo Harald Lesch dann sich hinreißen lässt zu Aussagen wie, es gebe nur noch mörderische Sommer oder die Sonne, sie scheint nicht einfach nur. Ja, der ist halt beim Propagandasender angestellt bei ZDF, hat dann gesagt, was er zu sagen hat, versucht es dann wissenschaftlich irgendwie zu erläutern und zu erklären und dann halt einfach an die Massen zu verbreiten, damit die Massen das Gefühl haben, da ist jemand, der Ahnung hat. Aber der ist ja gekauft, der Typ. Das ist ja klar. Also wenn die Medien, Öffentlich-Rechtliche vor allen Dingen, auch wirklich aufklären wollten und Menschen Informationen geben wollten, dann würden die Diskussionen zulassen mit Menschen, die eine andere Meinung haben, Wissenschaftlern, die eine andere Meinung haben. Schon bei Corona hätten die eigentlich diese ganzen Konsorten wie Dr. Wolfgang Wodak, Bagdi und so einladen müssen und dann mit Drosten etc. diskutieren, Lauterbach diskutieren lassen müssen und dann hätte man so ein bisschen Gefühl dafür gekriegt, okay, was geht gerade ab? Aber man hat nur eine Seite der Medaille präsentiert, wie es bei allen anderen Themen auch läuft. Egal, ob es Ukraine ist, egal, ob es Klimawandel ist, egal, ob es Corona ist, egal, ob es LGBTQ ist, es wird immer nur die Vogue-Seite gezeigt. Die andere Seite ist immer das Böse und das wird gar nicht erst gezeigt. Und dann merkst du schon, wie der Laden funktioniert. Also wer noch glaubt, dass die wirklich da sind, um Menschen zu informieren, ist... Ja. Es scheint nicht mehr einfach nur, sie brennt förmlich und den Menschen wird die ganze Zeit suggeriert, hey, das, was früher mal ihr als Sommer bezeichnet habt, das gibt es nicht mehr. Es gibt bloß noch etwas, wovor ihr Angst haben müsstet. Und das schlägt genau in die gleiche Kerbe wie Karl Lauterbach und auch andere, die da ein bisschen aufdrehen, obwohl ja gerade nachweislich, und ich sitze hier auch wieder draußen, also... Aber du, mein Jutzer, hast schon ein bisschen Sonne getanzt, sagst du, wa? Nichts mit Dürre oder Hitze in Deutschland ist. Ähnelt ein bisschen einer Tomate, sag ich dir. Trotzdem, also mir kommt es so vor, als würde da, ja, einfach so, würde trotzdem der Plot durchgezogen werden, obwohl das Wetter nicht mitspielt. Und diese Geschichte mit den Außerirdischen scheint so einer der nächsten Punkte zu sein. Also wenn das Klimanarrativ nicht mehr zieht, dann ist schon die Alien-Inversionskarte in der Hand sozusagen... Immer wieder das nächste Ding. Corona wurde geheilt durch Putin. Dann kam LGBTQ um die Ecke. Jetzt kommen sie mit Klimawandel. Danach wird die Alien-Invasion kommen. Die füttern uns immer mit irgendwelchen Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Und am besten bilden sich auch immer zwei Camps, damit diese Camps sich gegenseitig bekämpfen. Heminismus ist auch so eine Sache. Männer kämpfen gegen Frauen mittlerweile auch. und dann sich von den wesentlichen Dingen ablenken lassen und sich nicht mit sich selbst beschäftigen in erster Linie und auch nicht mit dem, was wirklich gerade auf der Welt passiert. Ja, ja. Schon crazy, ne? Wie viele Leute da auch immer noch mitmachen. Das ist schon fasziniert auf jeden Fall. Also Politiker würde ich mal sagen, aber eher die Instanzen, die hinter den Politikern, die Thinktanks und so weiter, sich überlegen, ja, also was soll als nächstes kommen? Und eine Sache vielleicht auch noch vorab, bevor wir hier reingehen. Es ist nicht mal so, dass ich nicht glaube, dass es sowas gibt. Bleiben wir mal vielleicht mal was gerade. Irgendwie finde ich den sympathisch. Der hat so ein sympathisches Gesicht und Augen. Ich fühle den irgendwie. Ich glaube, das ist ein lieber Mensch so insgesamt. Natürlich gibt es natürliche Phänomene, wie zum Beispiel mal einen heißen Sommer und auch andere Dinge. Das, was ich kritisiere, das ist das, was letztendlich aus, ja, diesen manipulativen Thinktanks daraus gemacht wird und dann durch die Mainstream-Medien und durch die Politiker versucht wird, an uns normale Menschen heranzubringen, um uns, und da geht es immer um Spaltung, um Kontrolle, also wirklich in so einem, ja, in so einem Matrix-Narrativ immer wieder gefangen zu halten. Das ist das, was ich daran kritisiere und dass den Menschen halt eigentlich nie wirklich die Wahrheit gesagt wird. Ja, und dass natürlich viele... Das ist auch nicht der Ziel, das ist auch nicht das Ziel der Sache, glaube ich so. Ich glaube, Menschen sollen, wie gesagt, nicht informiert werden mit diesen ganzen Geschichten. Das war nie das Ziel von Nachrichten gewesen, glaube ich persönlich. Das sind einfach Tools, die man nutzt, um die Gesellschaft zu manipulieren. Es war nie das Ziel von Nachrichten, Menschen zu informieren, neutral zu informieren, sondern nur so zu informieren, damit sie dann sagen, so und so und so. Also Manipulation, weißt du, anstatt Information. Künstler, aber auch Wissenschaftler, sich nicht zu schade sind, sich da einspannen zu lassen. Ja, und jetzt schauen wir uns das doch mal an. Also nach Gesundheitsrisiko, Klimakrise, kommt jetzt von Harald Lösch, der neue Knaller, in Form seines... Gesundheitsrisiko, Klimakrise hat ein Buch darüber geschrieben, oder was? Crazy. Die unheimliche Stelle, warum schweigen außerirdische Intelligenzen und Superzivilisation? Crazy. Da schien ein Buch ist raus, mit dem Namen Die unheimliche Stille, warum schweigen außerirdische Intelligenzen und Superzivilisation? Und einer kommentiert hier, kommen die alle jetzt mit diesem Thema um die Ecke, ne? Wir haben uns ein Video zu Project Bluebeam reingezogen vor zwei Monaten oder so. Monat, zwei später sehe ich auch in den internationalen Medien, wie immer mehr Leute über UFOs berichten und UFOs hier und UFOs da und Aliens und Regierungsbeamte werden vor Gericht in Amerika befragt zu diesen Geschichten und auf einmal wird das immer mehr. Das ist schon crazy. Er hat es auf Telegram gepostet und sagt, also wenn Lesch warnt, dann kann es ja nicht mehr lange dauern und es witzeln ja schon einige, die halt wirklich sagen, naja, wenn das Klimathema durch ist, dann müssen ja die Außerirdischen mehr oder weniger dann als nächstes oder eine der nächsten Karten ausgespielt werden. Hier ist ein schönes Meme We are next. We are up. Und auch auf Instagram, ne, ich habe so ein paar Reels mir reingezogen, wo die so angebliche Außerirdische gefilmt haben oder wie Leute aus dem Himmel kommen und so eine Sachen, also das ist es 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 es. Da wird langsam die Propaganda schon in die Richtung irgendwie, habe ich das Gefühl, da wird langsam die Propaganda schon mal angeschmissen, so. Ne? Schon mal langsam in die Richtung rein. Da ist der kleine Verschwörungs-Schwobler Lovelock wieder unterwegs hier mit seinen Theorien. Next, I'm nervous. Und Harald Lesch, also das haben ja auch viele meiner Zuschauer geschrieben, hat der früher ganz andere Aussagen gemacht als heute. Also wirklich. Ja, ja, Digga, auch über Klima und so. In der Astrophysik fundierter Wissenschaftler mit beiden Beinen wirklich alles seriös und nachweislich und irgendwas muss in der Pandemie passiert sein. Seitdem macht er ganz andere Aussagen und es gibt ja da richtig ja, das ist natürlich, muss ja auch irgendwo sein Geld herbekommen, der Jutze, ne? Da muss man eigentlich nur gucken, okay, wo bezieht er sein Geld? So Videos, wo die Leute, also seine früheren Aussagen mit den heutigen Aussagen Ja, Digga, das habe ich auch gesehen. Harald Lesch und das Klima in der Vergangenheit, da hat er gegen sich selbst gekämpft, so. Harald Lesch versus Harald Lesch. Vergleichen und wirklich sagen, so, also das ist wie ein ganz ausgewechselter Mensch, was ist da passiert. Und wem die Und jetzt hat er noch ein Buch über Aliens geschrieben, vielleicht haben die den ausgewechselt, Digi. Vielleicht haben die den ausgewechselt, mein Leben, Freunde. Da gibt es ja auch die ein oder andere Theorie, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Dass auch Joe Biden ausgewechselt wurde. Oder Kanye West. Oder Jamie Fox. Oh shit. Hollywood-Gehirnwäsche a la Independence Day zu den Außerirdischen eben noch nicht genug war. Ja, der kann sich jetzt das alles auch noch mal in einem wissenschaftlichen Anstrich durchlesen, sozusagen. Hier News.de schreibt über das neue Buch von Harald Lesch. So sagt der Wissenschaftsjournalist zu einer möglichen Alien-Inversion. Zitat, wenn wir entdeckt werden sollten, würden wir wahrscheinlich an den Entdeckern zugrunde gehen. Also Independence Day, aber diesmal. Digga, das ist auf jeden Fall, weist alles auf Project Bluebeam hin. Ja, in einem Buch und wissenschaftlich, und das schauen wir uns jetzt mal an. Also die Augsburger Allgemeine, die hat ein Interview geführt mit Harald Lesch. Auf das beziehen sich eigentlich auch alle anderen Zeitungen, die ihn zitieren und fragen zum Beispiel, inwiefern kann man davon ausgehen, dass außerirdische Zivilisationen uns gegenüber feindlich eingestellt sind. Antwort Harald Lesch, ein Besuch von Außerirdischen wäre verbunden mit Digga, bin ich jetzt blöd oder ist es ein Thema, was immer mehr gepusht wird in der letzten Zeit? Gerade in den letzten Monaten so. Wem fällt das auch auf? Also alle Leute, die sich auch international ein bisschen beschäftigen. Das war doch noch nie so extrem wie jetzt gerade, oder nicht? Verschmelzung mit uns Lebewesen, womöglich würden sie unseren Planeten auch nur für die Rohstoffe ausnehmen. Die Vorstellung, dass jemand zu uns kommt, der weise ist und philosophiert, wie zum Beispiel E.T. oder Meister Yoda, ist ein bisschen naiv. Und du merkst allein schon in dieser ersten Aussage, denkst du, also was ist das denn bitte für eine Richtung? Also spricht so, als würde er die kennen und also in bester Independence Day Manier, also natürlich ist es naiv, wenn die von ihrem Bewusstseinsgrad höher entwickelter werden als wir. Und auch hier wieder geht es halt eben darum, hey, also irgendjemand, auch Außerirdische, mit einem höheren Bewusstseinsstand als wir Menschen, das ist natürlich naiv. Ja, also es ist das Typische. Wer weiß, Digga, vielleicht züchten die gerade in Area 51 oder irgendwo anders gerade Menschen mit Chips im Gehirn und so, weißt du, die dann wie Aliens aussehen. Vielleicht züchten die diese Menschen gerade und lassen die dann auf uns los und sagen dann, das sind Aliens. Weil ich glaube auch UFO heißt ja einfach nur unbekanntes Flugobjekt und die Amis haben mir teilweise selber zugegeben, dass die selber schon lange daran arbeiten, solche Dinger zu bauen. Und dann setzen die die einfach in diese Flugobjekte rein, lassen so aussehen, als ob die kommen und dann geht's ab. Schöne Weltregierung an Start gefahren, weil wir jetzt gemeinsam gegen die Aliens kämpfen müssen, weil die die Erde Invasion, weil der Invasion stattfinden soll. Und dann haben sie ihr Ziel. Weltregierung. Ist nur eine Theorie, schwurbelt den Mann hat da. Alien-Narrativ-Framing aus Independence Day und anderen Filmen. Nächste Frage von der Augsburger Allgemein. Das Bild von Außerirdischen, wie sie in Science-Fiction-Filmen gezeigt werden, ist also nicht realistisch. Lesch antwortet, das Bild, das aus solchen Filmen entsteht, ist nicht besonders fundiert, als wenn... Was für fundiert, Mann? Keiner weiß... Was fundiert ist. Achso, nee, Entschuldigung. Er weiß es ja. Er spricht ja aus dem Nähkästchen. Man kann aber, und das versuchen wir auch im Buch, davon ausgehen, dass der Außerirdische auch nur ein Mensch ist. Ja, guck mal, der sagt schon, man kann davon ausgehen, dass der Außerirdische auch nur ein Mensch ist, Bro. Siehst du? Mark my words, meine lieben Freunde. Mark my words. Das sind dann irgendwelche anders aussehenden Menschen, Digga, und wo uns dann verkauft wird, das sind Aliens. Oh Mann, Alter. Und das Kranke dabei ist, dass Leute das glauben werden. Also du kannst es gerne nachlesen. Genauso wie die geglaubt haben, dass eine normale Grippewelle uns die Menschheit gerade ausradiert und wir uns zu Hause einsperren müssen und uns dann irgendeinen Impfstoff reinfetzen müssen, der nicht mal richtig getestet ist und so. Das ist alles schöne Vorbereitung. Schöne Vorbereitung gewesen. Das sind wirklich alles Zitate hier. Also ist vielleicht der Fake Außerirdische, von dem er spricht, also es gibt ja viele Holografietechniken, in der Tat nur ein Mensch. Also wenn man sich mal anschaut, wie in den letzten Jahren auch oder auch jetzt gerade wieder Nachrichten gemacht, um welche Dinge sich das dreht, die eigentlich gar nicht da sind. Also wenn man wirklich in der Tiefe recherchiert, merkt man, dass es wirklich also von sehr schlauen Institutionen, also erstmal Thinktanks und auch NGOs, dann an die Politik herangetragen und auch über Zeitungen und so weiter, Blogs, auch viele Influencer versucht wird, immer ein bestimmtes Bild in die Köpfe der Menschen zu setzen. Und in dem Fall halt eben auch wieder, hey, erstmal, es gibt Außerirdische, zweitens Mal, die sind immer böse, drittens Mal, die haben immer die Ressourcen ausgebeutet. Also es ist letztendlich die Weiterentwicklung des jetzigen, also indoktrinierten Menschen, der halt völlig technokratisch weitergegangen ist. Schon richtig krass und wenn man mal schaut, was mit Holografie heute schon möglich ist, dann kann man halt auch davon ausgehen, hey, wenn die Menschen heute erzählt wird, dass der dürre Sommer 2023 mega krass ist, obwohl es regnet die ganze Zeit, dann sehen sie sich bestimmt auch nicht zu schade mit Holografien den Leuten zu erzählen, ja, dass halt da irgendwas am Himmel ist. Habe ich schon gesehen auf Instagram. Das auf jeden Fall so eine Jesus-Holografie. Größe ist und nicht irgendwie einen hohen Bewusstseinsgrad haben kann. Dann die nächste Frage ist die Frage, ob es Außerirdische gibt, wichtig für das Fortbestehen der Menschen auf der Erde und Lesch antwortet darauf, wenn sich herausstellt, dass keine einzige Zivilisation eine ökologische Katastrophe auf ihrem Planeten vermeiden kann, dann finden wir keine Außerirdischen, weil alle ausgestorben sind. Wir haben innerhalb kürzester Zeit unsere Atmosphäre so sehr verändert, dass wir überdurchschnittliche, überdurchschnittlich hohe Temperaturen messen. Ja, da hat er diese Klimapropaganda auch wieder mit eingewurschtelt, da kann er wieder anders als mit diesem Narrativ um die Ecke zu kommen, was er ja auch schon in Lesch's Kosmos immer wieder mit seinem mörderischen Sommer und die Sonne scheint nicht einfach mal nur, sie brennt einfach. Das muss immer wieder mit eingestreut werden. Hey, die Menschen sind auf jeden Fall schuld und hier wird alles wärmer und die Ära des globalen Kochens hat... Ey, wir haben uns doch mal diesen Reel reingezogen, ne? Mit der Adam and Eve Story. Wer von euch kann sich daran erinnern? Bei Reels war das Adam and Eve Story. Da habe ich noch gesagt so, hä, stimmt das wirklich, dass die CIA ein Buch declassified hat von einem Typen, der gesagt hat, dass der Polsprung kommen wird und dass eine Riesensinnflut kommen wird und dass die Menschen damit ausradiert werden und das schon sechsmal in der Vergangenheit so passiert ist. Hab mir ein Video dazu reingezogen, das ist echt so. Also es gab echt dieses Buch, was auch seit 30 Jahren oder so classified von der CIA war und was jetzt freigegeben wurde vor kurzem. Und da wird genau über diese Sachen geredet. Ist schon krass, wenn du überlegst. Er sagt weiter, wenn Außerirdische genauso dumm sind wie wir, sind sie schon ausgestorben. Also da ist ja wieder der heißeste Juli aller Zeiten, habe ich ja in meinem letzten Video erwähnt. Also das ist ja, wie gesagt, durch alle... Also diese ganzen Diskussionen könnten unnötig sein, wenn nämlich der Polsprung wirklich stattfindet und die Pole sich drehen gerade und dadurch immer mehr Naturkatastrophen passieren können und wir eine Sintflut bekommen, da könnt ihr euch einen Klimawandel in den Arsch stecken, weil dann geht es richtig rund hier. Weißt du? Siehen gegangen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es geht auch ein bisschen so, mein Gefühl sagt mir das schon länger, dass es schon öfter mal Menschheit gab auf der Erde, die komplett ausradiert wurde. Und dass wir natürlich nicht davor geschützt sind, dass das immer wieder passiert. Die Frage ist nur wann, meiner Meinung nach so. Und dann wird es wieder eine neue Zivilisationen geben und die werden dann weitermachen oder neu aufbauen. So das, was wir jetzt gerade sagen, ja der erste Mensch war da und war, das ist einfach nur unsere Period of Time, seitdem wir Menschen kennen. Aber es gab hundertprozentig schon Zivilisationen und Bevölkerung der Erde, bevor es uns gab. So safe. Da bin ich vom Herz her hundertprozentig von überzeugt. Auch lässt mörderischer Sommer, also ja eine rein wissenschaftliche Aussage in Anführungszeichen. Und wenn man mal zurückgeht, also jetzt habe ich selber auch schon einige Aussagen gemacht, warum ich das nicht glaube, warum glaube ich das nicht. Nehmen wir zum Beispiel Wernherr von Braun. Wernherr von Braun kennen viele bestimmte... Wernherr? Nicht Wernher, sondern Wernherr. Noch nie gehört den Namen. ...deutscher und später US-amerikanischer Raketentechniker gewesen und hat letztendlich die Raketentechnologie sehr weit vorangebracht und hat halt also das, was wir heute als Raumfahrt kennen, sozusagen mit aufgebaut. Und Wernherr von Braun hat zum Beispiel damals schon angefangen, also vor 60, 70 Jahren, von einem Szenario mit guten oder feindlichen Außerirdischen zu sprechen, aber nicht im Sinne von, dass es die wirklich gibt, sondern dass man sozusagen auf ein Szenario sich hin entwickelt. Aha, Wernherr von Braun warnt vor inszenierten Alienangriff. Wo man halt... Im Hintergrund Raketen. NASA Erdaut meint, da. Van Haten meint. Ja, den Menschen eine Hyperkontrolle und eine Hyperbündelung von Macht auf schmackhaft machen kann. Also er hat gesagt, guck doch mal, das ist doch das Beste, was passieren kann. Wenn es Außerirdische gibt, dann kann man den Menschen doch... Wir brauchen eine Weltregierung, wir brauchen ein Einweltmilitär und wir brauchen eine Einweltreligion, beziehungsweise die kommt ja dann. Dann kann den Menschen erzählt werden, hey, unsere... Ah, geil, er macht den Twist zu Bluebeam auch. Feiere ich. Unser Schöpfer ist außerirdisch. Also genau das, das vermieden wird, so hey, du hast die Schöpfung in dir, du hast die göttliche Verbindung in dir. Und auch, also wenn du wirklich mal eintauchen möchtest in diese Alien-Fake-Agenda, dann empfehle ich dir ja das gleichnamige Video dazu. Ein Interview mit Charles Fleischhauer, der ja letztendlich im Gespräch mit Christoph Poth genau das offenlegt, also... Geil, kenne ich auch das Video. ...um letztendlich die jetzigen Eliten schon darauf... Der Cousin ist auch mies in der Recherche drin, sagst du? ...arbeiten und weil es, also wirklich eins ihrer wichtigsten Ziele ist, eine Weltregierung, Weltmilitär und halt eben auch, ja, eine Weltreligion mit einem außerirdischen Schöpfer, ja, zu erschaffen und halt eben mit diesen Vorläufern immer schon die Menschen darauf hin, hin sozusagen zu indoktrinieren. Hey, also hier immer wieder die Ideen... Das geht ja schon lange, ne? Auch mit den Filmen und so, ET, dies, das, Independence Day. Man hat schon einiges gesehen in die Richtung auf jeden Fall. ...streuen, immer wieder Hollywood-Filme mitfinanzieren, unterstützen, wo diese Ideen transportiert werden. Und in den Hollywood-Filmen, da ist ja, ich sag jetzt mal, unsere Rats... Digga, für mich ist nichts mehr unmöglich, ne? Ich hätte niemals gedacht, dass die mit irgendeiner normalen Grippewelle um die Ecke kommen und dann uns alle Menschen einsperren und so. Es ist für mich nicht mehr ausgeschlossen, dass auf einmal morgen heißt, wir haben Aliens auf der Erde, die sind jetzt gerade gekommen und wir müssen jetzt das, das, dies tun. Das ist für mich überhaupt nicht weit hergeholt. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die sowas durchziehen würden. Selbst wenn's fake ist, so, ne? Wenn das nicht so ist, so. Ich kann mir vorstellen, dass die sowas machen würden. Wer von euch könnte sich vorstellen, dass das gemacht werden könnte. Eins in den Chat. Von der Regierung, aber bewusst. Ne? Quasi Lügen verbreitet werden in die Richtung von Aliens, UFOs und Invasionen und wir müssen jetzt alle zusammenhalten und das und das müssen wir tun. ...so auch runtergefahren. Das ist ja nur ein Film. Und deswegen werden tief in unser Unterbewusstsein ganz viele Informationen und auch Muster und Ideen eingebrannt. Also, ja, ziemlich krass. Und nur noch mal ein Wort zum Schluss. Außerirdisch, also dem Wort nach, kann es ja alles sein, was außerhalb der uns bekannten Welt existiert. Und es kann ja auch jemand sein, der in der Welt hinter unserer Welt ist. Also, es wird ja immer nur gesprochen von der physischen Welt, aber es gibt ja so viele Menschen, die luzides Träumen bemeistert haben, Astralreisen, die halt wirklich merken, hey, dieses physische, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Welt, in der wir jetzt allein schon leben. Und es gibt da auch Wesen, die naja, halt eben in dieser anderen Welt existieren. Die wären der Definition nach außerirdisch, weil in dieser physischen, dreidimensionalen, materiellen Welt, ja, gibt es die natürlich nicht. Aber es heißt nicht, dass sie nicht da sind. Aber es heißt auch nicht, dass sie mit irgendwelchen UFOs auf einmal hier landen und natürlich, wie Herr Lesch sagt, es naiv wäre, dass sie einen höheren Bewusstseinsgrad haben. Weil in der Regel haben sie das eigentlich und auch, wer die Arbeit von Dr. Heinrich Kusch verfolgt, der spricht ja oft von hochentwickelten Zivilisationen, die unter der Erde leben, die werden Ach du Scheiße, jetzt gehen wir richtig in die Schwurbelreihe rein. Definition nach. Da bin ich raus. Außerirdisch, weil wenn das hier als Unter der Erde und so, Bro. Urdisch bezeichnet ist, also alles von Also tief bin ich nicht drin. In dieser Erde, dann werden sie halt, ja, subterrain. Da hast du das richtiges Schwurbeln, Digga. Jetzt mal jetzt hier schön die Aluhüte in den Chat. Subterrainian vielleicht oder halt eben auch außerirdisch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deinen Kommentar, auf deine Meinung. Schreib mir das unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, wie immer an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Ich küss dein Herz, Bro. Ich will mich unterstützen. Unter der Erde in einem meiner anderen Videos gib mir die Untererdler-Vibes. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Kai Brenner. Bester Mann, Digga. Trotzdem sehr gute Vibes, finde ich, der Typ. Find's immer crazy, dass die Jungs innen ein bisschen upspacen, so. Aber das ist auch nur meine Perspektive, ne. Ich verurteile niemanden wegen seiner Ansicht der Dinge, so. Weißt du? Liebe geht raus auf jeden Fall. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare, rein YouTube. Ich küss euer Herz. Wir sehen uns im nächsten Video. Eventuell auch Rumble. Man weiß es nicht. Bis dahin. Peace out. Gang.